Ich bin Christoph Peter. Ich habe eine Ausbildung zum Zeichner gemacht. Ich bin an einem Leitbildgeraden zum Techniker. Ich arbeite seit 2,5 Jahren bei der CES als Bauleiter. Zu meinen Aufgaben zählt durch die Bauleitung, das Erstellen von Ausschreibungen und Kostenvoranschlägen sowie die ganze Koordination von Terminen und Kosten. So sind wir aus Bauleiterständen im Austausch mit Projektleitern, Architekten sowie mit allen Fachplanern und mit allen Unternehmern. Wir haben momentan viele spannende und interessante Projekte zu realisieren an verschiedenen Standorten. Was auch der Austausch zwischen den einzelnen Standorten der CES umso wichtiger macht. Bei der CES ist vor allem das Kleidfächer der Team ein grosses Plus. Wir haben sehr viele junge Leute, aber auch ein bisschen ältere Leute mit viel mehr Erfahrung. Was den Austausch zwischen ihnen umso besser macht. Auch bei der CES schätze ich, dass sie bei solchen Weiterbildungen sehr engagiert sind und auch motiviert, dass die Jungen sich weiterbilden und das auch sehr unterstützen. Wir freuen uns auf dich! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!